Auf Worte folgen Taten und genau so hat es auch Lenovo gemacht. Heute werden wir uns einmal die aktuellsten Updates anschauen, was sie bringen und wie ihr sie tatsächlich installieren könnt. Hier seht ihr einmal das aktuellste Update für Legion Space 1023 und da ist auch schon der Changelog. Was mir aufgefallen ist, was sich am meisten verändert hat, ist vor allem das Schnellmenü, das schauen wir uns später auch noch einmal an und wie ihr das Update installieren könnt. Normalerweise müsst ihr das automatisch machen, wenn ihr Legion Space öffnet bzw. schließt und dann wieder öffnet. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich packe euch einmal den direkten Download Link in die Videobeschreibung, so dass ihr das auch einmal so installieren könnt, wenn es Probleme gibt. Insgesamt würde ich das Update für Legion Space als kleineres Update einstufen. Wir haben hier und da ein, zwei Sachen, die geupdatet wurden zu den Controllern. Ein, zwei Sprachen wurden hinzugefügt, wobei ich mich frage, wieso fügt man Sprachen hinzu, wenn noch nicht einmal die vorhandenen Sprachen optimal sind, wie zum Beispiel Deutsch. Aber sei es drum. Ansonsten gibt es ein, zwei nette Sachen im Quick Menu. Das zeige ich euch gleich. Und hier gibt es auch noch eine Aussicht für Mitte Dezember und Ende Dezember. Da wird insbesondere darüber gesprochen, dass die Dead Zones von den Controllern angegangen werden sollen und auch einige Driver, BIOS und firmware Updates über Legion Space, über OTA erfolgen sollen und man auch ein FPS Limiter einbauen will. Das folgt dann aber alles noch im Dezember. Und für Q1 2024 hat man die Key Customization, also das Key Mapping in Angriff genommen. Das ist ja mittlerweile, beziehungsweise zum jetzigen Zeitpunkt total katastrophal. Ihr könnt quasi nur die Buttons des Legion Go auf die frei belegbaren Tasten belegen. Das ist tatsächlich sehr schade, aber das nehmen sie scheinbar in Angriff. Angedachter Release, wie gesagt, Q1 2024. Da bin ich mal gespannt, wann das tatsächlich kommt. Jetzt schauen wir uns einmal das Quick Menu einmal an. Das könnt ihr öffnen, wenn ihr die Taste drückt, wo normalerweise die Starttaste sein soll. Da hat sich auch was am Design tatsächlich getan und das finde ich auch ganz interessant, wobei ich das immer noch nicht optimal finde. Vor allem oben findet ihr jetzt die Akku Anzeige. Es ist aber halt ohne Prozente. Das bringt mir im Zweifel gar nichts. Also ich kann ja nicht einschätzen, wie viel Akku ich habe. Dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit zwei benutzerdefinierte Leistungsmodi einzustellen. Da könnt ihr dann die Wattzahl entsprechend einstellen und auch die Lüfter, sodass ihr dann nicht immer hin und her wechseln müsst und zwei frei belegbare und eingestellte habt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich spiele nur Retro Games, dann könnt ihr das auf 6, 7, 8 Watt stellen und dann auch entsprechend die Lüfter leise stellen und das könnt ihr dann bei jedem Retro Game anschalten und dann müsst ihr nicht mehr hin und her switchen. Dann gibt es jetzt noch einmal den Reiter für Schnelleinstellungen. Hier würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man hier individuell Anpassungen vornehmen kann. So könnte man es dann nach seinen individuellen Vorstellungen anpassen und auch vor allem die Reihenfolge. Machen wir weiter mit dem Beta BIOS Update. Diesmal ist es tatsächlich von offizieller Seite. Bei dem vorangegangenen Video zur Beta BIOS habe ich ein bisschen Kritik bekommen, kann ich auch verstehen. Bei BIOS Update sollte man immer vorsichtig sein, auch bei diesem jetzt hier. Selbst wenn es ein offizielles Update ist, solltet ihr im Hinterkopf haben, es ist eine Beta Version. Aber ich habe es jetzt seit gut einer Woche meine ich drauf. Mir ist nichts passiert, also dem Legion Go ist nichts passiert und es läuft auch soweit. Nennenswert, was ich hier finde, ist, dass ihr jetzt das VRAM auf 6 GB stellen könnt. Das ist ja meiner Meinung nach der optimale Wert. Ansonsten sind noch ein paar Anpassungen bezüglich STT und STAMP gemacht worden. Aber das geht ganz schön ins Detail. Ansonsten, was ich sehr interessant finde, ist das gleiche Problem hatte auch das Ally, dass wenn ihr Ladegeräte anschließt, die mehr als 65 Watt haben, kaum einen Mehrwert gebracht haben. Das haben sie jetzt scheinbar gefixt. Und wie installiert ihr das Ganze? Wenn ihr auf den Link klickt, den ich euch in die Videobeschreibung packe, klickt ihr hier einmal drauf. Dann ist da ein Download-Link. Und dann müsst ihr, sobald ihr es gedownloadet habt, einfach nur noch die Installation starten. Das ist eine Exe. Wie gesagt, das ist von offizieller Stelle. Da sollte nichts passieren. Und dann wird einfach das BIOS Update installiert. Aber hier unten ist auch eine Anleitung. Zu guter Letzt hat Lenovo auch noch Beta Grafiktreiber veröffentlicht. Die sind vom 07.11. also wirklich sehr aktuell. Und auch wenn die jetzt im Beta-Status sind, das dürfte für das ein oder andere Spiel durchaus Performance-Boosts hervorbringen. Ihr müsst mal schauen, ob es euch was bringt tatsächlich. Im Zweifel ist es ja nicht so schwer, die Treiber wieder zurück zu installieren. Ich meine, der offizielle Release der Stable-Treiber müsste in ein, zwei Wochen sein. So lange ist es ja nicht mehr her. Aber vor allem für aktuellere Spiele dürften diese Treiber ganz interessant sein. Auch hier einmal auf den Link klicken. Dann ist da ein entsprechender Download-Link. Und dann müsst ihr auf die Datei gfinstall.bat drücken und das als Administrator starten. Das ist hier unten auch beschrieben. Ich würde euch empfehlen, entsprechende Anleitungen vorzugehen. Wenn ihr zurückgehen wollt von den Treibern, ist auch dazu eine Anleitung hier weiter unten vorhanden. Ihr könnt euch aber auch mein Video dazu angucken, wie man die Treiber installiert. Da habe ich euch auch gezeigt, wie man sie wieder deinstallieren kann und zurück zu den offiziellen Treibern gehen kann, falls ihr Probleme haben solltet. So Leute, das soll es auch gewesen sein. Wir haben Infos zu Legion Space Updates, zu BIOS Updates und zu Grafiktreiber Updates bekommen. Lenovo hat abgeliefert und wird auch in Zukunft noch weiter abliefern. Vor allem der Plan, wie sie vorgehen möchten, ist ja ambitioniert. Und ich hoffe, sie kriegen es auch eingehalten. Bis dato hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Aber sie haben noch wirklich sehr viel zu tun. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von diesen Updates haltet und ob ihr damit zufrieden seid. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Kommentar da. Schreibt mir auch noch gerne weitere Video Vorschläge in die Kommentare. Ich versuche es dann umzusetzen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.